Heute stelle ich euch eines meiner Signature-Dishes vor, die Makrele mit foie gras und gelbem Kiwi-Wasser. Man denkt sich, was ist mit ihm? Fisch mit Gänsenstopfleber? Aber ich spiele nun mal gern mit den Erwartungshaltungen der Gäste. Also, wieso gelbes Kiwi-Wasser? Wir haben den größten gelben Kiwi-Produzenten Europas in der Nähe von Rom. Und dieses Gericht ist wirklich, was ich bin. Es ist foie gras mit Miso, für 24 Stunden mariniert, gefroren, damit wir es so dünn wie ein Carpaccio schneiden können. Die Makrele ist für sechs Stunden mit Zucker und Salz mariniert. Danach kommt sie in Apfelessig. Und erst dann rosten wir sie am Barbecue. Wir schneiden sie dann auf, so wie Sashimi. Das heißt, gefrorene Kiwi am Boden, Fisch und foie gras und Wasser. Glaub mir, in deinem Mund ist das eine Explosion. Das ist eine fantastische Kombination. Ich liebe dieses Gericht. Und glaub mir, in deinem Mund ist es eine Explosion. Es ist eine Explosion, weil es eine schöne Wünsche ist. Es ist eine schöne Wünsche. Das ist eine schöne Wünsche.